Die Aktie von Alibaba analysiere ich für Sie hier, obwohl es natürlich eine Aktie ist, die hauptsächlich in den USA gehandelt wird und in Dollar notiert, allerdings eben halt auch eigentlich ein chinesisches Unternehmen ist, außenweise in Euro, um einfach die Handelbarkeit für Sie zu erleichtern. Da nehme ich dann halt auch die entsprechenden Wechselkursschwankungen stillschweigend in Kauf. Der Wert ist in den letzten Tagen durch die wachsenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China etwas unter die Räder gekommen. Sahen wir Mitte dieses Monats noch Werte über 180 Euro, sind wir aktuell bei rund 160 Euro. Das könnte sich durchaus auch jetzt schon, obwohl wir noch so mitten im Chart hängen, als gute Kaufgelegenheit darstellen. Denn das Kursziel von 266 Euro ist noch nicht ganz vom Tisch. Also Roundabout eine Chance auf weitere 100 Euro bis 266 und den Stop können Sie bereits schon bei Unterschreiten der 142 Euro setzen. Das heißt, das Risiko stellt sich auf 18 Euro und die Chance auf über 100 Euro. Damit ergibt sich ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis. Allerdings hier meine Empfehlung aufgrund der politischen Brisanz der ganzen Sache. Nehmen Sie anfänglich eine kleinere Position. Diese können Sie dann aufstocken, wenn der Wert sich wieder stabilisiert hat. Also prozyklisch bei Erreichen der 166 Euro. Aber vom Prinzip her rein charttechnisch unter Betrachtung des Chance-Risiko-Verhältnisses und übrigens auch ein bisschen fundamental, weil mir das Geschäftsmodell ganz ganz hervorragend gefällt, ist diese Aktie bei 160 Euro oder zur aktuellen Notierung auch durchaus bis 165 Euro ein erster klarer Kauf. Aufstocken dann vielleicht bei 166 Euro. Und auf jeden Fall bitte an den Stop denken, denn Sie müssen natürlich gerade bei solchen Aktien, die so mitten im Brennfeuer der Politik sind, dann eben halt auch entsprechend ihr Risiko begrenzen.